Also, voll die Drachenangriffe. Nein! Wer hat da unten ein Loch hingemacht? Das war ich. Hab ich's gut gemacht? Nein, 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 ich wollte das Schwert und bin runtergesprungen. Servus Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Smash Brothers mit irgendwelchen ganz vielen verrückten Leuten. Die vorigen Runden findet ihr auf dem Kanal von Luxus-Nerd und Taiko, die dabei sind. Flu ist auch dabei, aber der will die irgendwie nicht aufnehmen, weil er dumm ist. Sag mal alle Hallo. Also sag mal Hallo Taiko. Hallo. Sag mal Hallo Luxus-Nerd. Hallo. Und Flu lässt mich auch aus meiner Taisers. Okay, Flu sag auch Hallo. Hier oben rechts, Leute. Du kannst du nicht rein! Hier, hallo. Hier oben rechts. Komm ran, komm ran. Komm ran, ja. Ich probier jetzt nochmal dieses Stronghold, Stonehold, was auch immer da ist. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Deswegen bist du auch arbeitslos, du Penner. Nein, ich hab ne Ausbildung. Dann sagen sie alle und nachher hocken sie auf der Straße. Ausbildung zum Penner. Sagte der Kerl mit Oberkörper frei und Bart. Ja. Hm? Ja. Ob du's glaubst oder nicht. Bisschen strange und anscheinend will Flu wieder ein paar Prügel einstecken. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Aua. Was geht mit dir ab, Alter? Du bist erstmal weggesprungen. Das fand ich nicht nett von dir. Knallschlägerei. Ey. Ich hab ne Suppe. Äh. Ich hab ne Farst. Ich krieg einfach keine Items. Was hast du? Ich hab ne Farst. Ey. Ich bring dich um, Flu. Was siehst du eigentlich auf mir? Sag mal, bin ich so gemütlich? Ja. Bist du. Wenn du Rechtsklick machst, dann bist du es halt scholl, dass du ihn aufnimmst. Aber mit Linksklick kannst du ihn wieder wegschleiden. Nein. Sag ihm das doch nicht. Wie viele Pfeile hast du bitte in deinem Gesicht? Ja. Hat mir voll... Hat mir voll... Hat mir voll ein Ding reingedrückt. Äh. Ich bin ein Igel. Hey. Ein Igel. Hey. Bauarbeiter. He. Danke. Ich bin kein Bauarbeiter. Stempel mich nicht aus, was ich nicht bin. Bauarbeiter. Oh, hi. Warum lass ich das Schwert liegen und nimm die Angel dafür? Das ist ziemlich blöd. Ey. Du hast mich vergiftet. Und ich mich auch. Und ich hab schon wieder einen Trang. Und schon wieder. Äh. Alter, wir sind gerade alle übelst heftig vergiftet. Nein. 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 Überhaupt nicht. Hey, wahl raus. Hey, da liegt ein Apfel. Oh. Ich kann den Apfel nicht nehmen. Oh nein. Wie kannst du... Danke. Geh weg. Heute ist kein guter Tag zum Smash zu spielen für mich. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ah nein, 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 nein. Aus Frust. Oh. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Alter, hast du das überlebt? Flieg mal raus. Warum fliegt denn der Typ nicht mehr? Und weil er... Das ist voll der Hacker. Jetzt ist er tot. Nein, ich lebe nach. Ich flieg jetzt zum Drachen. In die Falle. Er kommt jetzt einfach gleich mit dem Drachen hochgeflogen und schießt mit dem Ding da rum. So voll die Drachenangriffe. Nein. Wer hat da unten ein Loch hingemacht? Das war ich. Mano. Hab ich's gut gemacht? Nein, nein, nein. Ich wollte das Schwert und bin runtergesprungen. Oh. Oh nein. Ist doch noch mal leid. Warum hast du mich geschlagen? Leute. Hey! Du hast mich geschlagen. Jetzt töte ich dich. Das ist voll die Argumentation. Das habe ich früher in der Schule auch immer gemacht. Weißt du... Mobbing könntest du... Wenn... Das willst du sofort aufhören. Du hast mich geschlagen. Jetzt töte ich dich. Na, Tycho, das wäre doch mal ne Lösung, ne? Zu unserem Rage-Mode von letztens. Ich glaube, so ne Anti-Mobbing. Waaah! Tycho, warum bist du denn nicht gestorbt? Töte den, der dich mobbt. Weil ich cool bin. Also, Moment. Lass mich das zusammenfassen. Wir haben jetzt in unseren drei Aufnahmen... Alkoholsucht... Ey, geh runter von mir. Waaah! Das TNT. Ähm, Alkoholsucht, Mord und Schlägereien gut geheißen bisher. Ja, also wir sind auf jeden Fall... Also ne ganz normale Folge. Bildungsauftrag erledigt. Ich hab mich selbst rausgehauen. Nein, ich hab dich... Nein, ich hab dich... Nein, ich hab die... Nein, ich hab die Granate da runtergeschmissen. Neben mir. Ja, ich weiß. Aber ich hab dich hochgenommen und in die Granate dann reingeboren. Achso, ja, ja. Aber mehr oder weniger hab ich mich selbst rausgehauen. Stell dir mal vor, einfach du kriegst das komplette Spiel über New Zeer. Wär lustig, wenn's alle hätten. Ja. So, jeder einfach... So, Luxus Knight. Das war jetzt zu viel. Du hast mich... Du hast mich geschlagen. Das... Das geht gar nicht. Tut mir leid. Du hast mich geschlagen. Ich töte dich jetzt. Ja. Also, Mopping, ne? Mopping. Ja, wie in der Schule bei euch. Echt? Was meinst du, warum es bei mir auf der Schule immer so viele Tote gab? Ich hab immer die Klasse wechseln müssen. Ich wusste nur nie warum. Weil deine Klasse weg war? Sie gab's einfach nicht mehr irgendwann. Einer traut. Weil die, weißt du, die trauen sich dann einfach nur. Weißt du, er tötet den ersten. Die trauen sich einfach weiterzumachen. Kannst du mal fliegen lernen? Nein. Nein. Ich will die. Die App ist echt behindert. Oh. Das heißt nicht behindert, das heißt beeinträchtigt. Sagte der Kerl, der alle umbringen will, die mobben. Genau. Was bei diesem Aussehen übrigens wahrscheinlich sehr viele sind. Da nehme ich dich aber mit. Äh, jetzt habe ich gerade die Dings geworfen, die... Nein! Ich bin irgendwie durch den... Hä? Was ist da passiert? Da war ein Loch im Wohnen. Ja, ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl. Du hast das Loch getroffen. Ich liebe es nicht. Ich habe das noch getroffen. Getroffen. Ich habe sie getroffen. Hey, light, light, light. Hast du am Loch gerochen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, ah, jetzt bleibt server. Was ist passiert? Ich habe mich... Einmal drehe ich mich um, dann passiert was cooles. Was soll'n das? Hey, Marco, was hast du in der Hand? Ein Bogen. Eine Banane. Oh. Eine Banane. Nicht nett. Wo wir dann wieder beim Thema Mobbing wären. Also, ich habe immer eine Banane... In deiner Hose! War's so schlecht, wie du... Mit... Im Bett. Im Bett? Wie lange es gebraucht hat, Heiko. Alter. Hat mir seine Freundin erzählt. Er hatte keine Freundin, glaube ich. Oh, ich habe fast in Lauer gesprungen. Freiwillig. Hallo? Mobbingkreis. Wir wollen nicht in die Mobbing-Ecke. Außer dem Mobbingkreis mit einer Person. Gott, bei dir. Ja, ich bin halt forever alone. Das ist ja nicht dafür. Mob mich deswegen nicht. Nein, 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 nein. Du hast ihn gemobbt. Jetzt muss der dich töten. Du bist wieder hier. Nein, Hilfe! Nein, nein, nein! Das ist aber mies. Ich hab's geschafft. Ich hab Damage-Indicator drin. Nein, nein! Nooo... Ja, bei der Damage-Indicator zeigt dir eh nur die Leben an. Ja. Du hast ja viel bringt bei Smash Brothers. Ey, Flu, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt komm ich extra nach oben und du bist unten. Sieben Minuten noch. Ihr habt noch sieben Minuten, um einander zu mobben. Gut, ich baue mich mal durch die Decke. Alter, du bist zu blöd. Ich bin doof, ey. Ich will mich durch die Decke bauen. Geht das überhaupt? Ja... Bestimmt. Ich warte mal, ne? Ja, funktioniert super. Ich mag dich nicht. Ich bin nicht in Smash. Hallo? Kannst du mal bitte von meiner Plattform runtergehen? Die hab ich gekauft. Nein, du musst dein Spielzeug-Bagger teilen. Der Sandkasten ist nicht nur für dich da. Tschüss, Tycho. Und damit haben wir einen Gewinner. Dann sehen wir uns gleich wieder in der letzten Runde Smash. Bis gleich. Wir wieder bei Smash. Mit den ganz vielen komischen Leuten. Die sind übrigens alle verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt natürlich die alle besuchen. Wie gesagt, Tycho und Luxus-Nerd haben selber Runden aufgenommen, die ihr anschauen könnt. Ich stehe was nicht vor, Leute. Ich stehe was nicht vor, Leute. Sobald ihr ganz lieb fragt. Ja, klar. Nur der Flu, der geht in den Urlaub und produziert deswegen nicht. Was eigentlich total komisch ist, weil er will vorproduzieren, um die Woche trotzdem zu überbrücken. Aber er produziert nicht vor, weil er komisch ist. Ich habe doch schon vorproduziert. Ja, aber du hast nicht richtig vorproduziert, weil du hast nicht mit mir vorproduziert. Das ist schon mal ganz schlecht. Ja, aber mit der will ich auch nicht produzieren. No. Ich gehe sie nicht in den Urlaub bei vorne. Wo wir zwei Milliarden Jahre aufgenommen haben. Genau. Wir haben zwei Millionen Abonnenten gedacht. Du kriegst keinen Urlaub mehr, bevor du nicht mit einer Millionen Abonnenten hast. Läuft. Dein Chef setzt sich damit unter Druck. Nein, ich fall runter. Oh Mann. Ihr könnt mich doch nicht runterschmeißen. Ich nehm doch auf. Danke, dass du mich hochgeprescht hast. Gerne. Für dich doch. Bist zu liebenswert. Warum schlägst du mich schon wieder? Ich will nicht dauernd gemobbt werden. Oh, oh, oh. Was ist eigentlich diese cloudende Bottle? Ist total bescheuert. Was soll denn das? Nein, die rettet dich, wenn du gerade am Abgrund stehst. Beziehungsweise fällst. Ich stehe doch nicht am Abgrund. Ich stehe doch nicht am Abgrund. Ich bitte dich. Letztes Jahr schau. Ah, gut. Ich höre schon wieder euch nicht, auch wenn alle anderen nicht euch hören. Okay. Tötet mich mal ganz kurz nicht, da muss ich mein Headset fixen. Wieso passiert mir sowas eigentlich grundsätzlich während Aufnahmen? Das ist nett. Jetzt habe ich keinen Minecraft Sound mehr und zwar komplett. Tut mir leid, Zuschauer. Mein USB-Mikrofon hat es euch versaut. Äh, Headset. Ich kann jetzt ein neues kaufen. Keine Frage. Schwede. Das war aber nicht so anders. Tschüss, Luxusnerd. Irgendwas bricht heute noch durch. Und wenn es mein Bildschirm ist. Da rastet er aus. Ich raste aus. Schalte um. Nein. Nicht jetzt. Auf. Dolby Digital. Töte dich, Flo. Ich will aber nicht. Tschüss. Mach mich in Ruhe. Gleich kommen die Nebenwirkungen und dann sehe ich doch nichts mehr. Hilfe. Hallo. Ich bin so langsam. Äh. Flo will mich töten. Flo will mich. Oh. Töten. Es kommt davon. Du darfst nicht auf die Leute mobben. Ich hab doch Speed genommen. Ich bin doch verwirrt. Hilfe. Aber ich habe... Nein, 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 nein. Hm. Du hast noch immerhin ein Leben. Nee. Kann man mal machen, ne? Oh. Eine Epix. Doch nicht. Äh. Was ist jetzt passiert? Ich verstehe das nicht. Scheiß. Microsoft Sound ist weg. Alter, warum schmeißt er mich... Warum teleportiert er mich immer an die... ...beschissenste Stelle von der Map? Uah. Ein Giant. Ein Giant. Ey, ich will Flo töten. Er hat mich gemacht. Jetzt muss ich ihn machen. Nnennennennennennennennennen. Teil kommst du hier. Umm. Ja, weil ich zwei Leben habe oder was? Ja. Schon rassistisch. Es ist schon ziemlich guter Grund, ja. So rassistisch, mein Freund. doch alle dumm sehr es ist beide ja ich habe da irgendwie zwei pokéballer ich habe noch ein leben freiwillig runter wie bei der schule müssen erst mal darüber reden also stopp sagt wenn ihr das nicht mehr wollen nicht eine diskussion darüber führen wenn ihr mich mal nicht ignorieren ihr schweinebacken ich nehme gerne das diamant schwert raus eine nase schweine nase bitte alter was ist bei mir geflogen mach mal hier hin meine aufnahme streikt ihr jetzt gerade ihr streckt meine uploadzeit ja ich bin ja schon dabei ich will ja ich will das flug aufschlagen habe ich gemerkt dass ich kommt was in der hand hat so endlich da hat gewonnen jetzt haben wir feierabend keine folgen mehr also wenn ihr die anderen folgen sehen wollt dann klickt bitte unten in der video beschreibung auf die links ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns das nächste mal wieder mein name ist light over and out tschüss tschüss 2 3 4 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.